Ein gut dokumentiertes und seit langem benötigtes Buch über die multidimensionale Identität der Aramea. Es erklärt komplexe und verwirrende Angelegenheiten einfach und deutlich. Prof. Dr. Werner Arnold, Universität Heidelberg. Dieses neu erschienene Buch über die faszinierende Geschichte, Identität und Sprache der Aramea, auch bekannt als Syrer, beschreibt zudem, wie manche von ihnen zu Assyrern wurden. Nachdem europäische und amerikanische Reisende, Kartografen, Missionare, Archäologen und Kolonialmächte im 19. Jahrhundert in den Nahen Osten kamen. Aramäisch ist ein bemerkenswertes Geschenk der Aramea an die Menschheit und bestens bekannt als die Sprache Jesu. 1500 Jahre lang wurde sie im ganzen Nahen Osten gesprochen und geschrieben, bis sie schließlich durch das Arabische ersetzt wurde. Aramäisch und die Aramäer überdauerten mächtige Reiche und spielten eine bedeutende Rolle für Juden, Christen und Muslime bei der Geburt ihrer Religion und Literatur, inklusive der Bibel und des Korans. Was steuerten sie noch der Weltkultur bei? Wann und weshalb entstanden die Syrische, die Nestorianische, die Melkitische, die Maronitische und die Kaldäische Kirche, von denen manche die aramäische Sprache bis heute bewahrt haben? Was sagen ihre Kirchenväter und die Wissenschaftler über ihre traditionelle Selbstidentifikation? Wie können wir oft genutzte Namen wie Aramäer, Assyrer, Kaldäer, Syrer, Suryaie, Suryoye und Assyroie verstehen? Diese und andere faszinierende Fragen, die in diesem Werk beantwortet werden, wurden mit vier einzigartigen und bislang unveröffentlichten Dokumenten über dieses semitische Volk angereichert. Für Leser, die sich für die Geschichte, Sprache, Religion und Identität der Aramäer interessieren, einem Volk, welches aus der Südosttürkei, aus Syrien, dem Irak und dem Libanon stammt, stellt dieses Buch über die letzten aramäesprachigen Christen des Nahen Ostens eine wertvolle Bereicherung dar.